hallo hier am samstag der wochenende ist komplett dabei und wir kommen jetzt gerade hier zu der coolsten mission eigentlich und jo dann legen wir mal los wo er hat sich das war und los wo geht das denn raus jetzt ist es mir scheiße egal von uns können wir offen bleiben so 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 da sind drei neue ach die drei alten und da ist noch irgendein aber ich hab der liegt hier der typ hier ne der direkt hier vorne ne ja Francis ja genau der also ich hab Leopard 1 nicht gespielt ja ich schon nur die motion schon erinnert mich irgendwie an so einen typen von walking dead um scheiß weiter man kann ja unten mitlesen ja ich labern ja eigentlich und los komm da her fick dich was hör auf zu schießen ey ist so ne auch hier müssen wir wieder 60 kanister sammeln wie beim ersten part genau direkt am anfang sagen also man muss nicht immer irgendwas befüllen und die helfen uns ja auch also die laufen da oben rum hilfe 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 ja wo gehen wir als erstes hin das ist noch einer was war ok das ist tot das ist hier als erstes rein da oben ok snapper war wahrscheinlich doch nicht so ne gute war naja ich hab auch schrauf wenn der jetzt noch kurz vor einer genommen ja komm ich komm kurz mit dann damit du auch noch einen holen kannst mal ist hier los hallo ok ich werfe die jetzt alle darunter wir haben den sack verlos hat hier auch noch einen kurz ein so weit weg ey die ramm hier beide entweder alles gut oder soll oder soll ich holen oder wie soll man das machen? Ja, wir gehen jetzt immer zusammen. Alter, man dreht denne, ey. Alter! Lass mich doch füllen, du Olle! Dann ist die Sniper, nehm ich die AK, ich nehm auch ne Schroppwende. Soll irgendwie in den Charter! Sorry. Ja, der ist schon vorbei. Wohin, wohin? Lauf so vor. Oh, okay. So, wir haben jetzt schon 3 von 16. So, ich komm jetzt auch da hin. Aber ich hör schon Zombies. Und nen Tank. Komm, ich mach' die! Kann ich jetzt entscheiden, ob der da hoch will oder da runter? Hehehehe. Ey, na, nein, 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 nein. Ich kann's auf die Steine schießen, wenn die da runterkommen. Wenn die zu dir geflohen kommt. Gib doch mal den Kack-Tanker jetzt. weiter nimm doch den scheiß kanister mir geht darum sagt dass die komischen computer also hier der coach und die wochen wochen kann kann das annehmen und fast und dass wir dann wieder auf ich gehe da kurz sie noch holen der ist ja hier noch ziemlich nah dran Ja Scheiße Lauf dich so weit alleine rum ne Du warst seitdem mir hinterherlaufen Die Bahn ist weit weg Da ist noch keine Zeit da hinten im Haus drin Das solltest du auch schaffen Das soll brennen dir eh dir hinterher Ich glaub ich hab einfach gerade so ne Wand kaputt geschossen Charger Natürlich könnte Ah ist mich da hier Ah ok Ich heil mich Du 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 Wohin Irgendwo wo noch ein 2 liegen Ja da ganz hinten links Das ist in der letzten Ecke Ja auf auf Warte Hunter Joke immer nicht Ja Boah Boah was ist hier alles Boah was ist hier alles Boomer Oh noch Ich muss aufpassen ich bin alleine Ja Ich komme einfach zu mir Ich verstecke dich hier mit so ne Ecke Boah Boomer hat sie vorher kurz ja wow Wo bist du denn jetzt Ich komme Ach du bist da Ich bin unterwegs Ich bin hinter dir Ja Dann nehmen wir damit den Panister da Ja Die Elfte haben wir ja schon noch Über die Elfte sind wir Jetzt haben wir sogar 11 Stück schon Das ist sogar top Dann sind auch nochmal zwei Da ganz hinten oder Ja ist nicht so weit Wir sehen wo ein Tank Ohja Das ist das Problem ist wie wir da jetzt hinkommen Ja genau Ja genau Problem ist äh laufen die uns beiden hinterher Ja ja ok Was Also erstmal guck Oh wo 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 da Noch einer Ach du scheiß bin weg ey Ich auch Alter Alter Schroffeln sind scheiße ey Ok mein Tank ist tot Meiner nicht Unser Tank fickt hier alles grad Mich und die Wowshit Richtig hart in den Arnos Ohne Gleichgeld Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich muss mich ein Ja das ist Schelfe auch gleich Ok 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 Oh Schelfe doch Danke Ok Coach ist tot Coach hat den Geist aufgegeben ey Geist vielleicht jetzt auch noch Was heißt da kommt wieder ein Tank Meinst du wieder ein Tank Meinst du wieder ein Tank Denk mal Ich bin gleich Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Gut Lauf Schneller Nick Lauf Schneller Ich konnte ziemlich knapp werden Ja ok So erstmal hier wieder Treibstoff füllen 13 Hier liegt der komische vierte von denen Der ist aber tot Wollte ich nur mal kurz so nebenbei erwähnen Pfff Der ist halt äh da Er hat den Geist noch gegeben Boah wieviele Charger ich schon getötet hab und Rooma und weißt wer nicht hat noch Ich hab zwei noch Da liegt nur eins Und da er eins Ok ich geh alleine schaff ich schon Ich geh längs lang Bei mir rennen die einen Tyre Ich hoffe mal dass ich das schaffe Das schaffe ich auch Ich hörgere immer Schmang drauf Oh mein Gott Nen Tank 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 Weil ich kann einfach den Tank aber abhauen Füll einfach der scheiß Ding auf Ja 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 Oh mein Gott Wo ist die Brücke? Hier 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 Oh mein Gott Ey wir müssen da wenigstens alle überleben Ja Korrekt er ist tot Er war das da hinten noch NEIN Ok Guter Luis Guter Wo ist denn der überhaupt? Da ist der überhaupt ja 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 Hallo Ja Ja geschafft Wunderbar Wunderbar Korrekt immer wenn wir alle überleben Dann ist gut So besser gesehen finde ich Ja Ja Die lassen wir einfach da Jetzt kommt wieder das Spannende Ja Ja Alle überleben dann konnten fliehen Oh ja Ja Die 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 34 min Ey das letzte mal haben wir auch schon 34 min Ja Ja Ich war öfters mal ausgerechnet Ja Schmerzmittel Adrenalin Ja Jetzt gleich kommt Ewe Robert mit mir sicher ich werde 2 Mach Molotov ich 8 Jun Und dann sind zurück Ja 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 angriffen da 23 Prozent und die Schichtheit ein Grund so 20 Prozent sich derzeit noch mal aber auch immer so er war die aber auch nicht gut mit sieben und zehn nur neunhundert von diesem Weg es ist aber wenig das ist ja auch nicht, sonst hat man mindestens immer tausend das war doch schon wieder das für heute die Aufnahme ab morgen beginnt dunkler Karneval das hat fünf Kapitel das ist richtig cool das ist richtig cool, ja da haben wir auch schon gezogen wir haben glaube ich bis die Gemeinde haben wir noch gezockt und da nicht mehr echt, war das die Gemeinde noch? das haben wir noch gezockt ne, das haben wir nicht wir haben nur noch die Gemeinde gezockt mit der Brücke auch davor kam die Flut oder so, ne? ja Sturmflut Sturmflut könnt ihr euch richtig drauf freuen ja, vielleicht hat ich bis dahin am besten ja okay, auf jeden Fall morgen fängt das mit dunkler Karneval an neue Skins, alles neu okay jo, dann bös Sonntag Tschau Tschüss